Geh doch nach außen! Ich geh doch von weg! Nicht du! Achso! Der Ander! Ja okay! Nicht redern! Der Typ dahinten! Mit dem rosa Hemd! Was denn? Ich wollte dann jetzt aber auch aufgehen! Ja okay, dann noch schönen Abend scheinlich! Schönen Abend noch! Schönen Abend noch! Tschüss! Tschüss! Das tut mir schon... Da kommt was! Da kommt ein Kä... Nee! Bubi! Ha! Daneben geschlagen! Ja nein! Ihr Schweine! Ihr Schweine damit hat gemacht! Habt ihr euch gegenseitig geneivt? Nein! Ihr habt Joey geneivt? Ja! Ja das ist gut! Der ist eh ein bisschen... Du auch oder wat? Ja! Ja! Oh mein Gott! Der freut sich! Der freut sich! Pfff! LEMO! Aber das finde ich gut! Einer der Ägypter greift grad die Wikinger! Jawohl! Der haut auf die Titanen-Pforte! Auch nur einmal und das ist unterneben! Und da macht's den krank- Der freut mich mit Krieg unter THERE! Huuuuu! Huuuuu! Huuuuuh! Was passiert? ZWEEEEEHEEHEEHEEHEEHEE Was ist das? als sie sie wird der sitz der sieht alles der der barbik hat so schmerzen das ging gegen das hat sich ein abschmierter und sven nicht abschmieren ich mache erste hilfe aber nicht abschmierter er kommt zu euch der ist bereit ich höre schon wieder die kettensiege oh god er ist hinter mir oh nein Sven jawohl war witz ich habe mir alle Angst einfach rennen genau noch was cooles was cooles schade leider nicht dann machen wir weiter die magnetfalle wer kennt sie nicht äh glück hmm wer hat denn hier am meisten Glück wer hat am meisten Glück hier wer von uns hat denn am meisten Glück ach scheiße ich möchte ja aber okay ähnlich schlimm aber auf ähnlich schlimm hätte ich auch keinen Bock ich bin ganz ehrlich aktuell shooter technisch ist alles scheiße was mir auch bock gemacht hat war quantum league aber das war ja glaube ich nur mit zwei leuten na könnte irgendwie fand ich nice aber das ist halt auch so so indie nische weißt du ja ja der steht da von neben uns oh mein gott weißt du David sagt hallo Sven ich guck mich um wo Sven denn sehe mich wie er davor steht in dem Moment habe ich auch zu der Kamera rumgedreht oder sehe ich auch zu dem Micha da um die Ecke Micha steht einfach Spiegelmeier da will er echt auf den Sack gehen weißt du alter was hast du getan du schießt doch schießt doch keine Meteor auf dich ich hab mich verbrückt oh my god kamikaze suizid vor Sven du tötest mich mit dies zusammen was soll ich denn entwaffnen oder entwaffnen ja du kriegst auch am Ende die Feuerseite falls du zu viel Schaden kriegst ja nochmal du kriegst die Feuerseite du bist eh am Ende wieder full kann ich kann ich bitte einfach fortfahren und dafür meinen Fokus benutzen das ist ja nicht mehr normal sag ihm witzig fand's witzig jetzt will ich wissen wir hatten mal mit rainbow eSport an ihr zusammengespielt ja und wenn die hat riechen hat am trial äh geil weg mit ihm was ist denn bei euch los sag mal er hat das Messer oben ja alles gut alles gut oder ja Sven äh ja der random hat die Tür aufgemacht horren Sven ciao Sven oh man die springen über Paletten ist so kacke was selbst so schnell und leise hat man keine Chance stimmt leise bringt dir ja nix das ist ja nur leise und nicht schnell ja das ist ja nicht schnell und leise weißt du was heißt das schnell und leise er hat das Messer oben ich richtig schnell und leise wow auf den Hügel jetzt hat das das Messer unten ne noch nicht ist noch oben ne ist doch noch oben du bist doch rechts am totenkopf hechtig schon mal ja ach ja ja aber er kämpft nicht also er nick ich gehe jetzt raus ne also ja ich will Sven scheiße ich bin tot ich bin tot ich bin tot na ich bin aber ich bin im blitz ähm ähm ich hab keine Lust mehr Sven was ist denn da kommt noch ein Tee angelaufen alter guck mal der Littletitan läuft von da hin von der anderen Seite der Map aus du sag dir wie es ist ich hab da kein Bock ich hab da gar kein Bock mehr drauf ja machst du ja an den Füßen so gut wie kein Schaden so macht man Schaden da will gerne ja 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 belastet mich ah 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 immer wieder jetzt ist er weg jetzt ist er weg jetzt ist er weg belastet ja komm jetzt ist doch der rot aber schon ein Zeichner weißt du wenn ich glaube wenn die ungefähr fällig sind dann ist er ungefähr 10 dann können wir die BD schenken ich bin mal gespannt was er jetzt macht wechsel ich noch meinen Rotei gegen Retro Drachen in die Angriffsposition ok ich sehe du hast da dumm weil ich dich auf die ha 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 Sven nicht auf die Angriffsposition oh maaa sag er jetzt weg mal probier's leider Gottes kann ich nicht instant versagen tut mir leid ne ich komm bist du sicher ja klar wir behandeln das ok come back der Optimist der Optimist leg los ja ja Pipp wäre geil sag ich mal deswegen hole ich dich ja also ich bin recht ok da kommt ein Fiesling ein richtiger Fiesling kommt an oh Gott oh mein Gott Kamera hat kurz gezuckt das war leider das technische Problem nicht weil ich mich erschrocken habe wollte ich mich mal kurz klar stellen ja Play ich laufe nämlich so rum ha 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 du Noob ja hey für bis auf Clip sind wir ein wieder eine Szene scheiße Bis zum nächsten Mal.